Servus Leute und willkommen zurück in Far Cry. Ich wollte denke ich sagen Kürer bei Far Cry 4 natürlich. Und ja, es war noch einmal für die kurze Unterbrechung am Schluss, das Ende des letzten Partes war ein bisschen, ja, nicht so cool. Aber es ist nicht anders gegangen. So, wir müssen jetzt den Typen da umbringen, mit einem Sturmgewehr. Und wir dürfen halt die zwei Typen, die Kommandanten, nein, 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 du siehst mich sicher nicht. Wir werden da jetzt mal wieder gezielt vorgehen, nicht wieder so rein stürmen, wie wir es jetzt die letzten Parts gemacht haben. Das bringt genau gar nichts nämlich. So, schauen wir mal. Wir müssen nämlich schauen welche die sind, die man nur mit dem Sturmgewehr, die anderen können wir ja wegsnipen. Das ist ja kein Problem. So, ein bisschen. Na, 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 na. Habt ihr mich alle nicht gesehen? Doch. Ey. Ich hab kein Scharfschutzgewehr. Scheiße. Ja, kann ich vergessen. Lass mich sich umbringen. Probieren wir es gleich nochmal. Das war ein bisschen Mist. Na komm, snipe doch her. Der Platz da ist nicht so cool, wie ich mir gedacht hab zuerst. Weil oben ja die Sniper sind, auf die hab ich vergessen. So. Wie machen wir das? Das war zwar cool da, irgendwie. Aber du darfst nicht so weit vorgehen. Und ich muss... Das blöde ist, ich hab keine Sniper mit. Irgendwie hab ich das versaut. Äh, jetzt hab ich keine mit... Äh, jetzt hab ich irgendeine Spritze reingehaut. Äh, jetzt hauen wir noch einmal eine Spritze rein. Ja, genau. So, wir müssen da zurück. Aber jetzt hab ich zumindest die gelben Punkte, die ich... Die ich nur mit einem Sturmgewehr machen darf. Und das sind genau Sniper. Weil ich glaub, das ist kein Sturmgewehr. Selten das Sturmgewehr. Ja! Und auf die Distanz werde ich nicht treffen mit dem. Na. Mal der Distanz werden wir nicht treffen. So. Wir müssen da jetzt einfach kurz alle wegblasen. Scheiße. Auf das hab ich nicht geschaut. Die Sniper sind... Die sind beschissen. Wie soll ich... Jetzt muss ich da irgendwie hinlaufen. Lass mich die nimmer sehen. Lass mich die nimmer sehen. Boah. So. Genau, die Waffe. Das ist mal der erste gewesen. Da ist der zweite. Okay. Auf die Distanz treff ich nicht. Und der eine Sniper schoss und ich bin fast weg. Da muss ich näher ran. Da muss ich näher ran. Da muss ich näher ran. Ich glaube ich habe ihm aber den Helm runter geschossen. Bin mir aber nicht sicher. Das blöde ist der deppte Sniper da oben. Boah. Das gibt's ja nicht. Ich muss einmal schauen, dass ich den Idioten wegbekomme. Den Hammer mal. Den Hammer mal. So schaut's gut aus. So jetzt haben wir nur mit dem Arsch da hinten. Ja. Perfekt. 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 Dann würde ich sagen. Nein. Y war das natürlich. Ah. Y. So. Foto machen. Nummer eins. Der zweite liegt hier herunten. Für die Familie ein bisschen. Ich hätte es aber sicher mit meinen depperten und langen auch machen können. Weil dann wäre es einfacher gewesen. Weil da hat es einfach in die Nähe hin. Und fertig. Und du hast überhaupt kein Problem. So richtig. Der eine war halt ein bisschen weit hinten. Das war das ganze Problem. Aber es läuft. Es hat funktioniert. Und ich glaube das ist das Wichtigste einfach. So. Perfekt. Auge um Auge abgeschlossen. Dann. Wir werden jetzt. Ich habe im letzten Part ja. Wollte ich noch die Festung da in der Nähe fertig machen gleich. Und die werden wir sich jetzt auch holen. Deswegen. Ab zum Auto. Ich glaube da kann man ja auch runterspringen. Ein bisschen. Nein. Der immer mit seinen Wingsuit gleich. Wenn es da schief drauf bleibt. Wingsuit an und geht schon. Wir werden uns im Park in seine Festung holen. Danke. Wieso hat er jetzt in Fallschirm geöffnet. Weiß ich selber nicht. Ich glaube Leertaste war es falsch hier. Aber ist jetzt nicht mein Kaffee. So. Wir werden hier hin fahren. Und bevor wir die Abschlussmission machen. Es gibt jetzt noch eine Abschlussmission. Soweit ich mich erinnere. Das müsste wahrscheinlich sein die Asche unserer Mutter zu verstreuen. Und ein Mieter und ein Ball zusammen zu bringen. Sag ich jetzt einmal. Ob das wirklich so ist. Weiß ich nicht. Töte die Wachen und rette die Geisel. Das werden wir kurz einmal machen. Weil ich brauche eh Karma Punkte. Das sind Geisel. Das ist eine Geisel. Das war mal einer. Ich glaube das war es schon oder? Warte. Warte mal. Warte mal. Jetzt ist es aufgegangen. Jetzt ist es aufgegangen. Perfekt. Losbinden. Losbinden. Obwohl ich eh das Geld nicht brauche. Aber ich weiß nicht ob das noch Zusatz Karma Punkte bringt. So 240 Meter. Wir werden auch ein Stück mit dem Auto weiterfahren. Und ja die Wagenfestung und die letzte Mission werden wir sich jetzt ein bisschen aufheben. Da werden wir jetzt schauen, dass wir auf 100% einmal so keine Ahnung 80% oder sowas kommen. Vielleicht ein bisschen mehr. Ich habe nämlich keine Ahnung wie viel man da noch machen muss. Der Hage geht weiter. Ah scheiße ich habe keine Sniper mit. Das war jetzt nicht. Das ist nicht gut. Ohne Sniper. Mit der Sniper wäre es einfach gewesen. Weil das stelle ich mich jetzt da oben hin. Obwohl die Festung ist eh geschwächt natürlich. Oder kann ich da eh einfach reingehen. Da hätte ich jetzt keinen gesehen dabei. Was dabei heute schon den Kletterhaken benutzt. Und los geht's. Scheiße. Das ist nicht gut da hier oben. Und sie erholt Verstärkung. Ohne Sniper ist das einfach sowas von beschissen. Da vorne ist ein deppeter Punkt. Ohne Sniper ist das kacke. Ohne Sniper ist das kacke. Ohne lautloser Waffe ist das. Ich weiß nicht ob ich nicht zuerst nochmal in die Stadt gehen soll. Obwohl ich habe ja eine lautlose. Ich hätte eine lautlose Waffe fällt mir gerade ein. Probieren wir es mit der. Ja. Es darf nur nicht entdeckt werden. So wir werden uns aber auch noch eine Überlebensspritze reinhauen. Und eine Jagdspritze. Weil dann sehen wir die Gegner. Die können da mal ein bisschen einige Sekunden. So sofort in X gehen. Ne. X, Y, C war das. Okay das kann ich vergessen. Wieso wechselt der die Waffe jetzt nicht? Geh bitte. Ja vergiss es. Das geht mit der Waffe nicht. Ich muss unbedingt snipen. Die ist einfach zu schwach. Das blöde ist ich kann jetzt nicht. Oder ich probiere es von vorne rein zu gehen einfach. Richtig hardcore. Richtig Sturmsoldat mäßig. Wir werden es einfach in den Bad ausprobieren. Wenn nicht holen wir sich im nächsten Bad. Eine Sniper. Holen wir sich kurz eine Jagdspritze. Dass wir sehen wo die Gegner sind. Wir kommen aus der Luft. Wir kommen aus der Luft. explodier, explodier, explodier so jetzt haben wir mal den da gemacht ich hoffe sie sehen mich nicht da ich muss da irgendwie hinten vorbei schauen, dass ich einmal die Sniper wegbringe weil die Sniper bringe ich mich einfach um die Sniper bringe ich mich einfach um so, wo ist da der Depperte? Maast, ist der oben oder was? heil dich kurz einmal so, na, 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 na ich will eigentlich die, komm schnell na, ich drück die ganze Zeit die falsche Taste wechsel doch die Waffe boah, Junge das war jetzt nix komm, Jagdspritze, haut da rein so, noch einmal heilen so, schnell darauf einmal den ersten ausgeschalten wo, wo ist der Heli, 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 wo ist der Heli? boah, ich seh da grad gar nix, ich seh grad gar nix ich spiel grad so ein Scheiß zusammen das nehmen wir nochmal da brengt irgendwo alles gerade scheiß Helikopterabschütz da jetzt das war ja nicht gut so, wo ist denn der jetzt? ich muss da jetzt unbedingt gebiete, ich sag jetzt nicht, ich schaff das nicht mehr viel zu aggressiv vorgehangen wo ist denn da der depperte Kasten? den hab ich schon ich hab mich denn jetzt gesehen es sind nur mehr die zwei da unten also nur mehr die zwei sind, dann ist es harmlos yep, Hammer zwar nicht lautlos, aber wir haben es geschafft auch wenn es ein bissl arsch war boah, liebe Leute ich bin zu alt für diesen Scheiß nein, Spaß beiseite so ein dummer Dreckster das gibt's ja nicht so schlecht spielen nur weil ich keine na, das ärgert mich selber nur weil ich keine Sniper mitgehabt hab früher ist das so einfach gegangen vor dem Unfall merke, ich bin voll langsam worden warte mal, wie komm ich da hinten hin da ist sicher da hinten die Truhe mal alles holen, was da jetzt so ist aber wir müssen auf jeden Fall Waffen wechseln weil das geht mir am Arsch mit denen Kürat Filmsweg wird äh, die, nicht Kürat, die Fashion Week wird auch die letzte auch die werden wir sich auch holen, um äh, na um den letzten Herstellung zu machen so, schauen wir noch, ob da was noch in der Nähe ist da sind noch ein paar Kisten da wäre noch ein Plakat, das ist wichtig das holen wir sich auf gleich äh, gleich so, wir kommen, ich glaub da hinten kommen wir rauf was wir auf jeden Fall brauchen sind Spritzen wir werden uns kaufen, ist mir egal weil, weil so viel grünes Zeug kann ich gerne jetzt finden mehr, glaub ich noch vier, dann haben wir den Humor es wird schon langsam es sind jetzt noch 43, da geht's voran so, und jetzt ist da irgendwo der Kasten, wo ist der Kasten? da ist ja mal Munition zum Nehmen ich glaub das ist unten ist das oberhalb oder ist das unterhalb? ich glaub da unten wird ein Eingang sein da hab ich mich vertan borscht, müssen wir noch mal nach unten schauen da ist der Eingang in unsere Hütte die uns gehört ja, ich helf dir gleich wir werden jetzt noch kurz den Ripperhammer freigeschalten so, Wert, Verkauf und zack, weg mit dem und was auch noch wichtig ist dass wir einen Körperpanzer kaufen und uns einfach acht Heilspritzen wieder scheiß mal drauf einfach, wir geben das Geld aus wir haben 322.000 ich wüsste jetzt nicht mehr, wo wir es ausgeben müssen außer in Waffen kaufen und das machen wir in den Badels noch wir werden wieder einmal Seitenwaffen haben wir, glaub ich nein, wir haben noch nicht alle einfach nur kaufen so, zurück gar nix na, die hab ich schon die kann ich noch kaufen gekauft, perfekt werden wir auch nicht ausrüsten von den Seitenwaffen haben wir alle Waffen gut so bei den Waffen fängt es wahrscheinlich ein bisschen mit dem Preis an wo wir ein bisschen in Stocken geraten werden ich glaub wir sind jetzt schon nur mal bei 25.000 deswegen werden wir auch keine Waffen mehr kaufen können in den nächsten 240, 230 das bedeutet, wir müssen Geld zusammenfarmen aber das ganze erst in den nächsten Part wenn es hier wieder weiter geht bei Far Cry 4 bis dann, tschüss bis dann, 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 bis dann